Sie schläft auf dem Boden. Die ist zu fett, um sie hochzuheben. Bringe mir etwas Apfelmus und ich tue's gerne. Es ist alles gedeckt und bereit zum Tee. Dieser Hut perfektioniert jedes Imker-Outfit. Das sieht aus wie eine Art Joint für Imker. Alle Bienen sind bekifft. Ich habe etwas Bienenwachs aus dem Korb genommen. Das ist klebriges, gelbes Wachs vom Bienenstock. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Guten Morgen, Barkeeper! Guten Morgen, Junge! Kürzlich irgendwelchen neuen Tratsch gehört? Man sagt, König Tristan II. habe einen Baum geheiratet. Anscheinend hat der Baum mit seiner Hilfe viele schöne Bäumchen hervorgebracht. Übrigens, du hast den Laden hier sehr schön eingerichtet. Ich bin sehr stolz auf den betrunkenen Droiden. Er ist mein Ein und Alles. Die Leute kommen aus dem ganzen Dorf, um hier ihren Krug zu heben. Ich habe einen guten Ruf für gute Bedienung und noch bessere Biere. Das Geschäft läuft besonders im Moment sehr gut wegen diesem Typen namens Sordid. Wie kann Sordid den Umsatz steigern? Das ist eine lange Geschichte. Anscheinend will er die ganze Welt mit Hilfe schwarzer Magie beherrschen. Egal, schließlich ziehen all die Helden wieder rostige Rüstungen an, um große Taten zu vollbringen. Sie alle betrachten sich als Retter der Welt. Tatsache ist aber, dass sie alle hier anhalten, um einen zu trinken. Ich habe alle Arten hier durchgehen sehen. Krieger, Zauberer, Priester, Mörder und nicht einer wurde wiedergesehen. So. Ich persönlich verstehe nicht, was der Unsinn soll. Vielleicht ist da etwas machthungrig und so, aber wer ist das heute nicht? Der alte Kerl bleibt immer allein. Er kümmert uns nicht und wir kümmern ihn nicht. Basta. Du redest verdammt viel, was? Ich bin Barmann. Die Schwachköpfe erwarten örtliches Getratsche und allgemeines Geschwätz von mir. Ich komme aus einer anderen Dimension. Wie gesagt, wir haben hier alle Arten. Ich habe Durst. Mach mir einen Wet Wizard. Ein Moment bitte. Ich bin sicher, ich habe hier unten noch irgendwo etwas Spatzensaft. Ich habe den Zapfen am Fass mit dem Wachs blockiert. Tut mir leid, Zauberer, ich kann im Moment keinen Spatzensaft finden. Ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Warte hier, ich habe etwas für dich. Hey Kleiner, bring deinem Vater eines dieser Prospekte mit heim. Party-Time im Betrunkenen Druiden. Bier für ein Goldstück pro Krug. Außerdem klebt ein Freibiergutschein dran. Sieht aus wie genug Bier für einen zauberhaften Abend mit den Jungs. Ein Glück, dass ich einen so großen Hut habe. Mir wäre etwas Stärkeres lieber. Das war's für dich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020